I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I'm kidding, nothing, it's just a vein. Can't even see. Geil Mann, Leute. Alle, alle Abiturathleten 2019. Neues Schuljahr startet. Ich bin so verdammt hyped. Vielleicht kennst du mich noch gar nicht. Ich bin Leo Eccl, dein Abiturcoach. Und gemeinsam mit meinem Team kümmere ich mich darum, dass du die maximale Unterstützung während der U-Überstufe erfährst auf deinem Weg zum Traumabitur. Und letztes Jahr war ja schon übelst krass. Letztes Jahr war ja schon übelst krass. Wir können hier mal ein paar Screenshots einblenden von Nachrichten, die wir erhalten haben. Wir waren gemeinsam in Kroatien am Ende des Schuljahres, um einfach nochmal gemeinsam unsere ganzen Erfolge zu feiern. Und wow, es war einfach heftig, allein was schon in den letzten 3, 4, 5 Monaten passiert ist. Aber jetzt, jetzt starten wir das ganze Schuljahr mal komplett von vorne. Und ich will eine noch größere Welle kreieren. Eine noch größere Welle an Abiturathleten. Was bedeutet für mich Abiturathleten? Wenn ich über Abiturathleten nachdenke, das ist auch der Grund, warum ich mit auf diesen Namen gekommen bin, ist, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viele Schüler in die Schule gehen mit so einem Feeling von, oh ich muss da hin und ich habe keinen Bock und es ist alles so anstrengend und mich interessiert das nicht. So ein, mit so einer Anti-Haltung. Und es geht ja nicht darum, dass es nicht anstrengend wäre, ein gutes Abitur zu schreiben, ist unfassbar anstrengend. Aber es geht darum, das Ganze mit einem Abiturathleten-Mindset im Prinzip zu approachen, also mit einem Abiturathleten-Mindset da ranzugehen. Weil ein Athlet, der macht extrem anstrengende Sachen. Ein Athlet hat extrem hohe Ziele, aber er beschwert sich nicht darüber, dass es so anstrengend sei. Im Gegenteil, er liebt es sogar im Prinzip, dass der Weg manchmal hart ist, dass der Weg ihn manchmal herausfordert, dass er dadurch, dass der Weg auch einfach nicht leicht ist, er im Prinzip eine Möglichkeit hat, eine Geschichte zu schreiben. Und genau diese Mentalität, dieses Mindset möchte ich im Prinzip vermitteln, weil ich einfach weiß, wie krass es mir persönlich weitergeholfen hat, weil ich die Schule irgendwann nicht mehr als irgendwas gesehen habe von, oh, da werden mir nur meine Fehler gezeigt und da bekomme ich Noten, die mir dann sagen, ob ich gut oder schlecht bin oder so. Sondern ich habe die Schule nur noch als ein Spiel gesehen, in dem ich Punkte bekommen konnte. Und ich hatte einfach Bock darauf, geile Leistungen zu bringen, um mehr Punkte zu bekommen. Und so hat mir die Schule extrem viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwann mehr Leidenschaft dafür entwickelt und konnte so auch einfach meine Bestleistung abrufen, wodurch dann selbst meinen Einsatzschnitt und den Abi-Prüfungen sogar 1,0 schaffen konnte. Und das will ich einfach für viel mehr Leute, weil ich einfach ganz genau weiß, es gibt so viele, die haben keinen Bock auf Schule, aber wenn du dieses Abitur-Athleten-Mindset wirklich in dir installierst, auf deiner Festplatte, die dein Kopf ja im Prinzip darstellt, wirklich verankert hast, dann kannst du fast alles erreichen. Nicht nur im Abitur, sondern auch noch darüber hinaus. Und das ist mir einfach so krass wichtig. Deswegen habe ich so Bock, hier auf diesem Channel und auch auf Instagram im Prinzip eine Community zu kreieren an Abitur-Athleten, von denen jeder sein eigenes Ziel hat. Jeder als Athlet, du hast immer dein eigenes Ziel, man hat vielleicht sogar seine eigene Sportart. Manche haben vielleicht andere Fächer. Jeder ist in seiner Lane, sage ich mal. Die einen schwimmen vielleicht extrem schnell, die anderen laufen langsamer und so weiter. Jeder hat seine eigene Sachen. Aber trotzdem ist man im Kollektiv ein Team und man unterstützt sich gegenseitig, wo man kann. Und darauf habe ich richtig Bock, sowas zu kreieren. Das haben wir im letzten Jahr mit dem AI-Team 2018 schon sehr geil geschafft. Und ich glaube, dass wir mit dem AI-Team 2019 dann noch eine Schippe drauflegen können. Deswegen, es werden ab heute täglich Videos kommen, die dich dabei unterstützen, in der Oberstufe maximal zu performen. Das bedeutet, wenn du irgendwelche Fragen hast, zu irgendwelchen Themen, Videos willst, kannst du es direkt in die Kommentare schreiben. Ich werde extrem schnell, die Leute vom letzten Jahr können es schon bestätigen, vielleicht auch Leute, die in der 11. Klasse mich schon verfolgt haben, können es bestätigen. Ich mache die Videos extrem schnell, sobald man sie sich gewünscht hat. Manchmal geht es nicht immer, aber ich gebe mein aller, aller Bestes. Gleichzeitig auch, natürlich abonnieren so, wenn du dabei sein willst, ist logisch. Und wenn du irgendwelche einzelnen Fragen hast, schreib mir unbedingt auf Instagram. at leo-eckel. Du kannst mir einfach eine DDM schreiben, ich kümmere mich um jeden. Ich beantworte innerhalb von 24 Stunden alle Nachrichten, auch wenn es wirklich immer mehr werden. Aber ich will das so lange beibehalten, wie es irgendwie möglich ist. Deswegen, wenn du da eine Frage hast, melde dich da einfach. Darüber hinaus haben wir richtig, richtig geile neue Sachen, die wir vorhaben. Und zwar, als allererstes Schulverträge. Ich werde persönlich an deine Schule kommen, wenn du beispielsweise auf deinem Direktor oder vielleicht mit deinen Freunden aus der Klasse, die vielleicht auch meine Videos schauen, zum Direktor hingen und sagen, hey, wir wollen Leo mal als Vortrag in unserer Schule. Dann werde ich einfach zwei Stunden Unterricht ausfallen. Ich komme an deine Schule und wir sprechen darüber, wie man sein Traumabitur erreichen kann. Deswegen, wenn du da Bock drauf hast, spreche es mit deinem Lehrer ab. Du kannst dich auch gerne bei mir melden und deinen Kontakt herstellen. Ich freue mich, wirklich an jede Schule zu kommen. Es gibt 3000 Gymnasien in Deutschland. Das werde ich in einem Jahr nicht schaffen. Aber ich versuche wirklich von dahin zu kommen, wo vielleicht auch schon Abiturathleten sind, die Bock drauf haben, dass ich bei ihnen vorbeischau. Dann, zweiter Punkt. Es wird natürlich wieder Reisen geben. Wir haben ja letztes Jahr schon Full Life Estate 2018 gemacht, was übelst krass fett war. Und deswegen werde ich definitiv auch noch weitere Reisen machen. Wir werden wahrscheinlich im Winter schon das Abiturathleten Bootcamp machen. Das könnte ich auch schon mal vorbereiten, dass ihr in den Weihnachtsferien da mit mir vielleicht zum Skifahren oder was auch immer machen könnt. Und dass wir uns da nochmal richtig krass dann auf das Abitur vorbereiten. Und das ist auf jeden Fall geplant. Full Life Estate 2018 wird wieder nach dem Abitur als die transformierendste Abiturreise ever kommen. Das wird alles kommen. Und im dritten Punkt, wo sich vielleicht vor allem die Leute, die es wirklich wissen wollen, ganz besonders darauf wollen kommen. Es wird wahrscheinlich One-on-One-Coachings mit mir geben. Das bedeutet, dass ich nur mit dir Skype und wiederum über deine Situation sprechen. Ganz individuell auf deine Bedürfnisse, deine Probleme eingehen. Okay, was sind gerade die Gründe, warum du gerade sehr gut in der Schule performst? Und wie können wir die verbessern? Was sind vielleicht die Gründe, die dich noch zurückhalten? Wie können wir da irgendwas umbauen, dass du da im Prinzip diese Blockade löst? Wie können wir allgemein eine Routine kreieren, in der du richtig geil Gas geben kannst? Und all diese Sachen, alles speziell für dich. Das wird natürlich auch Geld kosten, das ist logisch. Vielleicht wird es einen kostenlosen Testlauf geben. Das sind alles noch Gedanken, aber das wird auf jeden Fall alles auf euch zukommen, worauf ihr euch ganz, 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 ganz stark freuen könnt. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns gemeinsam in dieses neue Schuljahr starten mit all den neuen Möglichkeiten, die kommen. Wie gesagt, es werden richtig viele Videos kommen. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Die könnt ihr euch freuen. Und dann habe ich einfach so Bock, eine richtige Erfolgsstory mit euch zu kreieren. Deswegen seid am Start, schreibt gerne auch hinter den Kommentaren, falls ihr irgendwas kommentieren möchtet. Auch sofort Hashtag AA-Team19. Das wird unser Hashtag, auf den ich übelst krass Bock habe, dass wir da wirklich auch auf allen sozialen Plattformen, genauso übrigens auch auf Instagram, einfach eine richtige Bälle kreieren. Ansonsten, haut rein. Ich glaube, wir machen euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Ich... Ich... Breathe, yeah!